Für Bilder, die man sich ausgeben kann, haben wir eine sehr schöne Rubrik, die heisst «Öhm», die kommt von hier. Hier sehen wir den Automobilclub der Schweiz, der im Kongresshaus Zürich das Martini-Mahl feiert. Das hat jedes Jahr stattgefunden, hier sind wir im 1971. Es wird dort ganz gegessen und die Röseli-Köhli wird gegessen und es ist eine Manege auf die Bühne gezobert worden, selbstredend im Publikum sind nur Männer. Ein Mann hat es auf der Bühne, das ist der Domteur und Frau Röseli. Oder hier haben wir Roger Moore, das war der neue James Bond, Hotel Opficon in Zürich. Schaut mal das grosse Gewehr, das ich hier habe, zwischen den Beinen und dann hat er auch noch eine grosse, fette Sigarre.